Definitiv der schönste Tag meines Lebens. Stimmt, der beste Tag soweit. Sehr professionelle Organisation und es war eigentlich, heute war alles so wie wir es vorbesprochen hatten, so wie wir es uns vorgestellt haben und ja einfach super und ich will mich auch bei Frau Clausen bedanken. Zu einer toll ausgerichteten Hochzeit gehört natürlich viel, es gehören die Trauzeugen dazu, die sich da viel Mühe geben, aber natürlich auch ein tolles Team bei uns von Service-Seite. Die Floristik muss stimmen, die Küche muss einen guten Job machen und natürlich auch eine gute Vorplanung. Also die ganzen Gespräche, die vorab stattfinden, das ist alles wichtig, damit der Abend rund und reibungslos abläuft. Wir hatten eigentlich nie das Gefühl, dass auch nur ein Wunsch abgeschlagen wird. Es wurde immer geschaut, kann man da noch was machen, kann man noch was arrangieren. Also sehr flexibel auch. Es war auch cool heute, dass wir ein bisschen Stress hatten, weil heute war unsere Trauung und so. Und wenn ich hier am Morgen war, war es sehr locker, alles in Ordnung war, alles vorbereitet. Es war ein fantastisches Gefühl. Und wenn ich könnte, würde ich wahrscheinlich die Zeit zurückdrehen und nochmal anfangen von heute Morgen. Oh, ich creepy mal vor, wo ich bin. Und wenn ich dich dann zu Hause bin. Und wenn ich mir das hier natürlich bin, dann bin ich zu Hause. Und wenn ich mich nicht richtig, dann mach mir das mal. Und ich bin mir um ein bisschen zu viel zu Hause. Untertitelung des ZDF, 2020